Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gekommen. Der DAX, der ist es auf jeden Fall, denn der hat sich enorm nach oben entwickelt. Naja, wollen wir nicht übertreiben, aber doch, wenn man ehrlich ist, gar nicht so schlecht hier. Die Bewegung, das ist natürlich noch vor dem Wochenende passiert, 8. Juli, das Tief, seitdem sehr zügig und schubig nach oben gegangen. Schöner kann man eigentlich eine starke Bewegung nicht andeuten. Also, das hatten wir ja schon vor dem Wochenende, beziehungsweise ich mit meinem Update am Wochenende im übergeordneten Bild angedeutet. Solange es eben nicht wackelig nach oben geht und egal, wo ihr diese Aufwärtsbewegung anguckt, also wackelig, nein, nicht wackelig, nicht wackelig, alles bullisches Szenario, solange das eben so der Fall ist. Das ist tatsächlich hier im Moment immer noch der Fall, also die Aufwärtsseite sogar tendenziell, wenn wir das mal so wollen, vielleicht sogar fünffällig. Das werden wir dann sehen, wenn irgendwann mal ein Dreh kommt. Und jetzt wird es spannend, denn kommt jetzt tatsächlich nur etwas Wackeliges nach unten. Wobei dieses jetzt nicht zwangsweise genau jetzt ist, sondern vielleicht auch erst in ein paar Stunden, vielleicht auch erst übermorgen, wann auch immer. Aber sobald dieser Rücksetzer ist und der eben dreiwellig oder wackelig irgendwie was Schwaches eben zeigt nach unten, dann können wir sicher sein, ah, cool, die aktuelle Situation scheint erst mal vom Tisch zu sein, wir gehen mal weiter nach oben. Und das wird also das ganz Entscheidende sein. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass so ein Anstieg, wie wir ihn hier haben, ein bisschen danach ruft, dass so ein Rücksetzer jetzt eben passiert. Was ich gar nicht haben möchte, zumindest mal nicht aus Sicht der Bullen, dass wir eine schnelle Antwort bekommen. Also so wie hier. Also was immer ganz doof ist, ist, wenn wir steil nach oben, okay, aber auch steil wieder nach unten gehen beispielsweise. Also wenn die Richtung konterkariert wird durch eine starke Gegenbewegung, das ist immer das Doofste. Das ist nicht schlimm, das ist ja kein Drama, aber da muss man halt erst mal wieder abwarten. Und gegebenenfalls wird man halt bei so einer schnellen Bewegung hoffentlich im Trailingstopp positiv. Das wird sich dann zeigen, aber dann gegebenenfalls ausgestoppt. Also für all diejenigen, die da nicht so weit weg sein wollen, müssten dann einen engeren Trailingstopp wählen. Für diejenigen, die sagen, um Himmels Willen, ich fange doch nicht an, hier Intraday den Stopp nachzuziehen, kann man solche Überlegungen natürlich auch im übergeordneten Bild haben. Dazu vielleicht eine kurze Manöverkritik. Ich habe jetzt hier den Supertrend und dann seht ihr schon, der war hier knapp ausgestoppt, hier knapp ausgestoppt, hier knapp ausgestoppt, hier knapp ausgestoppt, hier knapp ausgestoppt. Also insofern, ihr seht, dieser hier scheint auf Tagesbasis nicht optimal gewesen zu sein. Warum sollte der jetzt dann besser sein? Also wenn ihr einen Indikator beispielsweise anwendet oder irgendeine Logik, guckt ein bisschen danach, wie ist das im aktuellen Umfeld? Passt das regelmäßig oder passt das eben genau nicht regelmäßig? Wenn es ganz häufig nicht passt, dann würde ich den natürlich dann auch in dieser Form nicht aussuchen, sondern dann sagen, okay, vielleicht muss ich einen anderen nehmen. Ich mache mal nur ein Beispiel, zum Beispiel auf Zweitagesbasis. Das heißt, ich muss nur noch jeden zweiten Tag gucken und nachziehen und dann wäre ich bis auf hier eigentlich überall durchgekommen. Das war mein einziges Mal, wo man dann eben rausgeflogen wird. Ihr seht, auch dann ist so eine Logik nicht zwingend in allen Situationen best, aber ihr seht, wenn ihr schon mehrmals hier ausgestoppt wird mit der alten Einstellung, ja, dann nehme ich doch nicht unbedingt den, sondern muss ich ihm halt ein bisschen mehr Platz nehmen. Oder aber ihr wechselt die Logik. Es muss ja nicht immer der Supertrend sein. Manch einer findet den Parabolik sowieso besser. Aber die Logik dahinter, das Prinzip, dass ihr bitte auch prüft, wie gut hat der das, was ich eigentlich haben will, vorher abgesichert? Ist der dazu überhaupt in der Lage, das so zu machen? Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also habt das ein wenig im Auge. So, also das zum DAX, den stelle ich mal schnell wieder auf Eintagesbasis um, sonst bin ich irgendwann mal irritiert. Ihr könnt natürlich auch die Parameter eines Indikators immer ändern, das Prinzip ist ja das gleiche. So, Dow Jones, gibt es auch nicht so viel dazu zu erzählen. Der hatte ja seinen Rücksetzer A, B, C und jetzt guckt euch mal diese Aufwärtsbewegung an hier. Wir hatten hier vorne schon so etwas, was ich ja mit diesen komischen fünf Wellen, warum auch immer das der Fall sein soll, da kann man auch von halten, was man will. Allerdings muss man auch dazu sagen, hier vorne haben wir ja schon wieder so irgendwie fünf Wellen. Und dementsprechend ist aus meiner Sicht die Chance, dass wir jetzt bald, nicht zwingend jetzt in den nächsten Minuten, aber bald mal einen Rücksetzer haben, nicht so schlecht. Rücksetzer meine ich aber in dem Fall quasi eine Korrektur, denn die letzte Bewegung war ja sehr dynamisch nach oben. Ich hätte eigentlich also eine A, B, C hier mit geräuspertem Hals hier zu erwarten, also quasi so eine Abwärtsbewegung, die nur eine Korrektur dieser steilen Aufwärtsbewegung ist. Also im Moment spricht nicht wirklich viel dafür, dass der Markt massiv nach unten gehen muss. Aus meiner Sicht jetzt nicht so sehr. Im Gegenteil, aus meiner Sicht sind eigentlich die besseren Chancen, die größeren Wahrscheinlichkeiten, dass der Kurs, wenn er insbesondere nur dreiwellig oder eben wackelig runterkommt, so ähnlich wie wir es hier hatten, zack, zack, zack und dann eine Fortsetzung, dass er sich nochmal fortsetzt. Da wir aber schon fünf Wellen haben, ich mache das nochmal weg hier alles, und der Markt gerne dieses fünfwellige Verhalten, also hier waren wir hoch, da war eine Pause, hier waren wir hoch, hier ist eine Pause. Und das, dieses Verhalten, was wir hier haben, das erinnert doch sehr an dieses klassische Standardverhalten. Fünf Wellen, dann kommt eine größere Pause und dann kann es ja weitergehen, aber dass wir eben sowas in diese Richtung haben. Gemessen an dem Tiefpunkt hatten wir wahrscheinlich das gesehen. Okay, das war die letzte große Korrektur und wir sind jetzt vielleicht gerade erst hier an dieser Stelle. Und das ist die Korrektur, die ich gerade eben eingezeichnet habe. Wir gucken es uns jetzt nochmal an. Das war der Tiefpunkt, dann 1, 2, 3, 4, 5. Das war die große Korrektur und jetzt sind wir gerade an der Stelle und warten im Prinzip auf diesen Rücksetzer. Das ist das, was ich gerade gezeigt habe, der uns dann die nächste Möglichkeit gäbe, weiter nach oben zu gehen. Das kann man natürlich aussitzen. Berufspullen sind natürlich eingeladen zu sagen, naja gut, so einen kleinen Rücksetzer muss ich ja nicht unbedingt aktiv werden. Was sind 200, 300 Punkte? Das ist auch völlig in Ordnung. Das muss man natürlich vergleichen, in welcher Zeitebene man da unterwegs ist, auf welcher Größenordnung man unterwegs ist. Aktuell allerdings kann man ein echtes Ende der Aufwärtsbewegung hier nicht daran erkennen. Allerdings ein kurzes Ende würde ich nicht so arg weit in die Ferne schieben, denn nach fünf ist häufig erstmal Schluss. Und da wird es sich dann zeigen, ob jetzt als nächstes tatsächlich irgendwie was ABC-mäßiges, alternativ dazu irgendetwas Wackeliges oder alternativ dazu, na, den meine ich jetzt nicht unbedingt, alternativ dazu, so etwas passiert, insbesondere wenn das so gekontert wird, dann wissen wir, oh, das ist nicht gut, denn jetzt ist die schwache Seite nach oben und die starke Seite war zuletzt nach unten. Das wäre dann vorläufig ein Ende. Ich halte das nicht für das wahrscheinlichste Bild, aber nicht immer geht es nach mir. Ja, leider viel zu selten, aber zumindest mal als augenoptische Wahrnehmung kann man dann schon vermuten, wenn man eine steile Bewegung hat und irgendwie sowas in die Gegenbewegung, dass dann zumindest irgendwie sowas sich nochmal anschließt. Es ist ja nicht ganz neu, die Idee grundsätzlich. Gucken wir auf den S&P 500. Da sind wir auch mit der Fünffälligkeit, also insofern gilt eigentlich fast genau das Gleiche, was wir eben angesprochen haben, außer dass wir quasi immer noch in dieser Clusterzone drin sind. Die ist jetzt auch nicht heilig im Sinne von, das geht gar nicht, dass er da durchgeht, aber das sind so kleine Indizien, die einige Leute zögern lassen, sollen wir schon, müssen wir noch, wie auch immer. Also deshalb, aus meiner Sicht, wer jetzt long gehen will noch, ich würde im großen Bild immer einen Rücksetzer erst nochmal abwarten, mit der Sorge allerdings manchmal den Anschluss dann zu verpassen, dass man eben sagt, ach Gott, jetzt bin ich doch nicht hier long gegangen an so einem Zwischenhoch beispielsweise. Die Alternative ist, auf den kleineren Ebenen eben zu gucken, ob wir hier zum Beispiel sowas kriegen, das dann fünffällig aussieht, dass wir dann vielleicht da auch nochmal handeln können, beziehungsweise das Ende wieder erahnen können, weil fünffällig ist häufig, wie gesagt, das Ende der Bewegung. Also ihr seht, da ist kein großer Unterschied. Blicken wir nochmal einmal ganz kurz auf den Nasdaq. Denn der tickt ja ein klein bisschen anders als die Kollegen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, diese Fünffälligkeit ist hier auch auf dem Weg nach oben so halbwegs zumindest mal zu erkennen. Jetzt das letzte Bild, immerhin mal eine schnelle Abwärtsbewegung. Für den Nachmittag schalten wir mal ruhig einen Gang runter hier. Gehen wir mal auf den Ein-Minuten-Chart, einfach damit wir Struktur besser erkennen können. Wenn ihr seht, dass so eine Bewegung ist, je einwelliger, je einhelliger sie ist, je mehr sie... Fünffällig geht auch, ja, Fünffällig schließt gerne was ab. Hier zum Beispiel, wir haben mal so ein bisschen den Eindruck, hier war eine Pause, zack, da war eine Pause, zack. Ich schiebe es nochmal daneben. Wenn das wirklich die erste Welle abwärts ist, müsste die nächste wackelig gehen und ich wäre sowas von short gegangen. Aber er ist halt nicht wackelig gewesen. Er ist steil nach oben gegangen. Das ist keine Verwechslungsgefahr dieser beiden Situationen. Und dementsprechend hat sich short damit erledigt. Stichwort für die Fortgeschrittenen unter euch. Vermutlich wird das hier ein Flat gewesen sein mit der Vorgeschichte. Entweder das hier oder vielleicht sogar diese gesamte Bewegung, die wir hier haben. So, viel mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Letzte offensichtlich scharfe Bewegung ist die, wenn er jetzt so hoch kommt, dann ist der Nassdak vielleicht der Vorreiter für diesen Dreh. Okay, vielleicht ist er da ein bisschen schneller dran. Das werden wir sehen, wie die Bewegung der nächsten Stunden hier ist. Achtet selber ein bisschen drauf. Ich werde das jetzt gleich hier live am Chart natürlich mitverfolgen. Werde vielleicht den ein oder anderen von euch im Markt wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal alles Gute und toi toi toi. Bis dahin wünsche ich euch. Bis dahin wünsche ich euch.